Kampf der Reality-Stars geht in die dritte Runde. Einige Promis werden wieder an den Traumstrand von Thailand ziehen. Hier werden sie in verschiedenen Spielen und in der Stunde der Wahrheit gegeneinander antreten und zusammen in der Sala leben. Doch welche Stars sind bei Kampf der Reality-Stars 2022 dabei? Wir verraten es euch. Wie RTL 2 in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gibt, sind diese Kandidaten dabei. In der ersten Folge ziehen folgende Stars in die Sala ein. Elena Miras wird bei Kampf der Reality-Stars antreten. Mit dabei ist auch Richter Gnadenlos Ronald Schill. Er machte zuletzt bei Promis unter Palmen auf sich aufmerksam. Tessa Bergmeier war 2009 eine von Heidi Klumms Mädchen. Jetzt wird die Zweifachmama zeigen, was sie drauf hat. Nina Christine Fiotak ist ein echtes Allround-Talent und wird ebenfalls dabei sein. Sie hatte bereits einige Doku-Soaps und probierte es auch schon als Schauspielerin und Sängerin. Ex-Berlin-Tag-und-Nacht-Star Jan Laik ist ebenfalls Teilnehmer bei Kampf der Reality-Stars 2022. Sharon Trovato, die Tochter des TV-Privatdetektivs Jürgen Trovato, wird die Sala aufmischen. Yassin Mohamed wurde durch seine Teilnahme bei Temptation Island bekannt. Jetzt zieht es ihn nach Thailand. TV-Moderator Mauro Corradino ist bereit, es mit den anderen Teilnehmern aufzunehmen. Auch Schäfer Heinrich zieht in die Sala in Thailand ein. Ab Folge 2 rücken weitere Promis bei Kampf der Reality-Stars nach. Yelise Kotsch ist vor kurzem Mutter geworden. Jetzt zeigt sie ihren Kampfgeist in Thailand. Iris Klein, die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser, nimmt ebenfalls an der Show teil. Zuletzt hieß es, dass sie aufgrund einer Corona-Infektion nicht dabei sein könne. Dies geht nun doch. Bei Sommerhaus der Stars sorgte er mit seiner Frau Michelle für reichlich Gesprächsstoff. Mike Cees Montbayin. Wie wird er sich wohl in der Sala schlagen? Katrin Schulze war bereits bei Love Island und Promi Big Brother. Jetzt versucht sie ihr Glück bei Kampf der Reality-Stars 2022. Sissi Hofbauer nahm, wie auch Mike Cees, bei Sommerhaus der Stars teil. Dort konnten sich die beiden nicht sonderlich leiden. Wie wird es in der Sala? Mike Jell-Ruven-Dietrich, Diana Foster alias Rich Nana und Fürst Heinz von Sein-Wittgenstein sind auch Teilnehmer der Show. Paco Herb machte bei Love Island auf sich aufmerksam. Jetzt zieht es sie nach Thailand. Ex-GNTM-Kandidatin Larissa Neumann stellt sich der Herausforderung von Kampf der Reality-Stars. Die eineiigen Zwillinge Ilona und Susanna Jakic machen wirklich alles zusammen. Auch in die Sala ziehen sie gemeinsam ein. Für Berlin-Tag-und-Nacht-Star Martin Wernicke ist es die erste Reality-TV-Erfahrung. Wie wird er sich schlagen? Enrico Elia ist bisher noch unbekannt. Der Influencer, wie er sich selbst bezeichnet, ist ein Fan-Kandidat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017